oder was er da halt eben gerade macht aber du kannst das auch noch mal angucken weil du verstehst vielleicht noch besser als ich ja mal andere einfach machen ich will nicht diese kacke das ist gut schatz allein für foto machen ist es gut das krass das ding aber das weiß wie es geht da ist mal ein tablet ja oh ich habe mein tablet, mich muss nicht da oh gut, ich kann nicht die sich geben gut, ich kann nicht die sich geben gut, ich kann nicht die sich geben Oh mein, die Tablet ist leer. Oh mein, die Tablet ist leer. Oh mein, die Tablet ist leer. Irgendwo hier, in dem hinteren Zimmer. Wenn sie richtig verstanden haben. Ja und dann was passiert, wenn du dort bist? Er zeigt trotzdem Pfeile. Nein, ja in die Richtung, wo er was gemacht hat. Bis in einem Radius von 4 Meter. Jetzt wissen wir, dass hier im Umkreis von 4 Metern irgendwas passiert ist. Ja, so in dem Müll. Ja, das ist mega krass. Hier, da ist der Knochen. Hallo Dome, mein Lieblingshafter. Hier sind nicht die 4 Meter. Wir leuchten hier. Hallo? Alles färbt sich wie alle. Okay, das ist bei dir. Ich dachte schon. Ich meine, ich hätte einen Footstep gehört. Foot? Habe ich Foot gehört, ja. Ah, korrekt. Er hat schon wieder irgendwo was gemacht. Das ist nämlich kein EMF, das zeigt die Interaktion an. Hier habe ich jetzt 3,4 hier 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 im Bad. Der hat das von Anfang an schon gesehen. Und wir haben EMF 2. Das Ding ist scheiße. Das ist richtig geil. Scheiße. Das hat mir, schau mal hier innen, der Shampoo hat am Anfang geworfen. Ich habe es noch nicht gesehen. Deine Mupp. EMF-Gerät? Der zeigt dir an, also im 4 Meter Umkreis, wo eine Interaktion passiert. Ach so musst du eigentlich nur den Pfeilen hin. Ich bin ja auch ins Bad, aber ich habe es nicht gesehen. Scheiße. Scheiße. Yo, you are here, motherfucker. Huh? You are here in the kitchen, mitschen, mitschen. Ja, dein EMF funktioniert so gut, der ist im Flur. Ja, ist doch gut. Der hat mich in die Richtung gelohnt. Hallo, wie hat er hier? Wie hat er hier? Ja, dein EMF ist Dreck. Ey, Bruder, jetzt mit... Oh, Mann, ey. Wo haben wir Orbs? Im Flur, immer noch. Weil dein EMF scheiße ist. Ja, Müll, siehst du? Müll, ja? Weg damit. Ja. Wo ist ein V? Ich habe das, welche Tür? Alle geführt. Der EMF 3, ist das EMF 3 hier? Ich habe drei Zeichen. Finger warst nett. Ich habe drei EMF. Hallo? Ich wünsche mir Zeichen. Ich wünsche mir Zeichen. Zick dir lang. Nee, EMF 3. Ich wünsche mir Unge. Ja, wo ist das UV-Ding? Hallo? Habe, ich habe schon alles durchgeguckt. Was passiert hier? Hallo? Du kannst keine Ahnung mehr. Hallo? 2,2. Dieses EMF-Geräusch nervt, Digga. Das ist wie ein Vogel, der gerade gebumst wird. Piep, piep, piep. 0,5. Deine M... 0,6. Was nehmen wir für scheiße? Müll. Wir könnten Minusgrade kriegen. So ein Dreck, Digga. Dann tu mal das andere nehmen, du Peach. Schalter. Schalter, Alter. Scheiß Blondine. Sichtbaracke. Deine Mutter ist eine Gesichtbaracke. Scheiße im Stehen, Alter. Du voll geschissen, natürlich. Denken. Der Orb ist weg. Ja, siehst du? Oh, du bin nicht sie, Kim. Nee, der ist jetzt hier auf der... Nein, ich bin goes, ich bin goes. Der ist jetzt hier auf der rechten Seite. Wo? Ja, hallo. Guck alle Türen durch. Hallo. 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 Ey, Yassin, gib mir das sofortig, sonst rass ich die Ausnahme da rüben. Sonst ruhig die Perfektion. Ey, 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 bei mir, bei mir. Ja, da ist nichts. Halt dein Maul, scheiße. Nee, da kannste Finger, kannst du rausmachen, aber ich hasse dich. Im Elf ist scheiße. Weg damit, du Pistee. Okay, ich lass ihn jetzt tanzen. Raust hier, Alter. Dump, Hilfe! Du bist hier. Du bist am liebsten. Du bist am liebsten. Hallo Vogel Hallo 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 Geh mal weg You are the friendly You are the cocky Was ist das für ne scheiß Runde Hallo you are the here Ich bin kurz was essen Foto Foto Was Foto Hallo You are the Bentley Hallo 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 Was sagt er im MF? 3 Where are you? Where are you? How old are you? Are you close? Are you French? Opferus Where are you? Where are you? In deiner Welt Where are you? In deiner MF Also ich sag es ehrlich wie es ist UV ist es nicht Kannst da wegschauen Alles dreht zerschwe Ole Deine Mo Deine Mo Ah er hunted Ne du vermieter mich auch Ah 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 Deine Waffe Hab ich doch gesagt es wird minus gefrier kommen Deine Mo Minus gefrier Minus gefrier So machst du Foto von mir Arlan Tschüss 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 Where are you? Where are you? Where are you? Hallo Pizza Service Hallo Pizza Service Where are you? How old are you? Where are you my friend? Wie alt du bist hab ich gefragt Ich glaub Dotz ich glaub Dotz Where are you? Where are you? Hallo? Also ich sag es wie es ist Jungs Jungs Ich komm gleich Jungs Where are you? 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 Ey, dieses Gepiepsel geht mir auf den Sack. Where are you? 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 Hallo? Ey, ich sprich Spanisch. Jurei oder Revenant. Revenant. Ja, der soll halten, aber kann ich sagen, ob es Revenant soll sein. Das ist jetzt! Dots! Jurei, ihr Wichser! Ah, Juri! Hilfe! Ah! Ah! Stopp mir! Stopp mir! Hilfe! Stopp mir! Hallo! Hallo! Ah! 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 Ah, lass den Bellen an den Weissen! Digger, verbiss dich, oder? Oh, rutsch!